Hallo und willkommen bei der Sky. Heute mit einem Video Tutorial, wie ihr Kommentare auf YouTube hinterlassen könnt. Dazu sind wir hier auf meiner Kanalseite. Da klickt ihr jetzt auf irgendein Video, wie zum Beispiel mein hochqualifiziertes Videopreis gekrönt. Browser Öffnen für Fortgeschrittene. Dort machen wir einen Doppelklick drauf. Nun pausieren wir das Video, weil es ja nur um einen Commentar geht. Scrollen runter und hier sehen wir alle Kommentare. Hier haben wir öffentlichen Kommentar Posten. Posten steht für Englisch. Englisch steht für andere Sprache. Übersetzt. Absenden. Öffentlichen Kommentar Posten. Hier klicken wir auf das Feld. Schon passiert etwas. Nun können wir tippen und absenden. Wir haben einen Kommentar verfasst. Freut euch. Bis zum nächsten Mal bei der Sky Tutorials und meine Memoiren. Haut rein, Leute.